und heute springen wir mal wie ihr hier sehen könnt powerwash und reichen diesmal eine dampf lokomotive und ich würde sagen dass direkt auch beginne was mir auf jeden fall aufwertet das ist ein bisschen zu laut ist und geht auf jeden fall das ist klar so machen wir bis jetzt mal schön sauber wo das ist glaube ich in der wüste hier habe mich warum man in der wüste das eigentlich sauber machen muss aber man muss es ja trotzdem machen warum ist das eigentlich immer noch ja sieht schon besser aus da ist noch schmutz da auch hier ich habe jetzt fertig hier unten und an den ok jetzt ist es aber wirklich sauber und da die seite jetzt leuchtet hier nichts mehr ok dann machen wir dieses teil hier noch so so zack ok hier sind noch kleine teile so jetzt ist es sauber jetzt ist es endlich sauber machen wir erst mal die lichter die lichter kann man auch nicht sauber machen perfekt dann würde ich sagen mache ich doch hier einfach mal was ist das hier eigentlich keine ahnung was das sein soll ich habe echt keine ahnung was das sein soll so das hier auch noch schön sauber machen so okay okay so so dann mache ich hier noch hier das ist auch schön sauber ist ich frage mich wie man das denn alles perfekt säubern soll wenn man gar nicht alles sehen kann das ist jetzt hier die frage ne frage alle fragen so so zack boah junge so so hey ich glaube dass hier ach ja das sind diese dräder ja genau das ist hier halt auch die kleinen so machen wir mal die kabine hier so so Mann, warum geht das denn hier nicht alles sauber? So. Boah, Junge, hier ist ja noch mehr Schmutz sicherlich. Ich hab grad irgendwas fertig bekommen. Das ist tatsächlich aber auch mal das Erste. So. 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 der Film ist jetzt noch mach doch jetzt endlich so das ist doch weggemacht warum ist denn hier immer noch was egal Leute ich würde sagen das war es mit dem Video wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da schreibt auch gerne schaut auch gerne auf mein Discord server vorbei der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt habt jetzt noch einen Traumaufstag euer Sun ciao